Ende des 19. Jahrhunderts gründete Hans am Ende gemeinsam mit Malern wie Otto Modersohn, Fritz Overbeck und Fritz Mackensen die berühmte Künstlerkolonie in Worpswede. Des Stadtlebens überdrüssig fanden sie in der bäuerlichen Idylle und der einzigartigen Natur der Region neue Inspiration. Hans am Endes Gemälde »Frühlingstag« aus dem Jahr 1898 spiegelt die Atmosphäre der Landschaft im herannahenden Sommer. Sein Malstil dieser Zeit ist besonders von der Leuchtkraft der Farben geprägt. Vor dem Hintergrund des blauen Himmels strahlt der in seiner vollen Blüte stehende Baum in hellem Weiß. Auch wenn Hans am Ende nach eigenen Worten kein Anhänger des Impressionismus war, sind in der eindrucksvollen Darstellung des Lichts und der Stimmung deutliche Anleihen bei diesem Stil erkennbar. Diese hochwertige Edition auf Künstlerleinwand ist auf 499 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017